So wie jetzt auch hier. Hier muss ich jetzt dann einen Flatten Task machen. Der genau die Breite hat. Okay. 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 Ich werde die eh einmal wieder nicht auf meine Befehle hören. Deswegen klicke ich wie ein Irrer. Da will ich sie doch mal hören. Je nachdem wie viel Glück wir haben, schaffen wir vielleicht, dass wir einmal rum. Okay. 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 Seht es euch an, äh, seht es euch an, fehlt ihr es nicht putzig? So, machen wir das einfach mal weg. Ha, was macht ihr jetzt? Jetzt müsst ihr wieder außen rum gehen. Geht ihr euch? So, ihr füllt weiter schön auf. Genau, du jumpst von da oben. Und da hast du dir den perfekten Punkt ausgesucht. Ist mir jetzt vielleicht auch wieder egal, das nervt. Da liegen Steine rum. Jetzt gibt es hier einen neuen Weg. Okay. 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 Oh! Oh, hier sind wir unter 100 schon. Das hier machen wir mal auf volle Breite. Das hier machen wir mal auf. 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 Und da liegen schon wieder Steine rum. Hmm. Da. 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 Okay. Da. 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 So, dann können wir die schon mal da rüberschicken. Und ich am besten auch gleich eine erreicht, um das hier aufzufüllen, die letzten zwei. Wir kommen hier aber langsam an. Ja, mit der Ebene, die sie gerade angefangen haben, noch drei Ebenen. So, nur noch dahin. Dann füllt man das auf. Und dann sehen wir weiter. 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 So, der hat schon nichts mehr zu tun. Das heißt, wir machen. Wir machen uns schon mal größer. Verschieben. Und dann sehen wir weiter. Und dann sehen wir weiter. Dann sehen wir weiter. Und 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 dann sehen wir weiter. Dann sehen wir weiter. Und dann sehen wir weiter.